Gute Idee, aber kein Geld? Stopp! Bevor du jetzt zur Bank läufst, hör dir erstmal an, was Crowdfunding ist. Crowdfunding ist eine Möglichkeit, dein Projekt umzusetzen. Crowdfunding ermöglicht dir eine Vierzahl von Geldgebern anzusprechen, die sogenannte Crowd. Dazu stellst du deine Idee meist auf einem Portal vor und wählst eine Mindestsumme, die du brauchst. Anschließend gibst du den Zeitraum an, in welchem die angestrebte Summe gesammelt werden soll. Interessenten geben an, mit welchem Betrag sie dein Projekt unterstützen möchten. Die Beträge können dabei unterschiedlich sein. Wird im festgelegten Zeitraum deine Mindestsumme erreicht, wird das Geld von den Investoren eingesammelt und dir zur Verfügung gestellt. Dabei erhält das Portal, welches den Crowdfunding-Dienst angeboten hat, einen kleinen Anteil. Nun kannst du mit dem gesammelten Geld dein Projekt starten und über die Plattform deine Geldgeber über den Status deines Projektes informieren. Viel Erfolg!